Gute und herzlich willkommen zurück, hier im Let's Play The Gang. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind wieder im Büro Nummer 16 unterwegs. Nach der recht salzigen letzten Folge kommen wir hier hoffentlich nicht mehr so in Bredouille. Naja, also wir haben uns jetzt hier hoch wieder gearbeitet und jetzt machen wir hier weiter, um dann wieder aufzusteigen. Schauen wir mal, was uns, wenn jetzt wieder uns so ein Gangmonster erwartet. Na, da muss ich echt kotzen. Ach, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es heute bis zum Gärtner hoch. Und der nimmt uns dann wieder hops. Schaut so aus. Oh, no. Oh, no. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Auf jeden Fall kann ich schon mal nicht runterfallen. Oh, ist das was? Ein Hit noch? Gib mir doch dein Hinterteil auf. Komm, komm, komm. Sei ein gutes Gangmonster. Sei ein gutes Gangmonster. Sei ein gutes Gangmonster. Ja. Ja. Wenn ich halt, wenn ich halt nicht so... Wenn ich nicht so ein Keyboard... Wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken? Ein Keyboard-Legastheniker wäre, dann wäre das ja auch alles kein Problem. Aber es gibt keine Controller-Unterstützung für dieses Spiel. Zumindest nicht im Xbox Game Pass. Wo ich es zock. Hallo, saug doch. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Saug, 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 saug. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Junge, 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 Junge. Ich habe das null unter Kontrolle mit der Tastatur. Wenn es stressig wird. Ich sehe nichts. Ich bin eh gleich wieder tot. Das ist zu viel für mich und meine Tastatur. Und ich muss mich beherrschen, um nicht auszurastern in diesem Blöden. So, du dummes Dich. So, du dummes Dich. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss erstmal hier die Kleinen fertig machen. Warum hat er jetzt so lang gebraucht? Komm, ja, ist okay. Duck Dich noch dreimal am besten, ne? Bevor Du Deine Blöden... Ja, komm. Junge, 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 Junge. Komm jetzt her. Oh, weg da. Oh, komm her. Stirb. Warum stirbst Du denn nicht? Komm her. Ja, das hat jetzt irgendwie Null gebracht. Ja, okay. Weg da. Komm her, komm her. Ja, hallo. Komm, einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Jawohl. Und jetzt kommt er. Jawohl. Jawohl. Aber sammeln die ganze Zeit Loot ein. Das macht Null Sinn. Wahnsinn. So. Ich bin so salzig, Leute. Ohne Deckung zu kämpfen ist einfach beschissen. Ich glaube, jetzt treffen wir auf den Gärtner. Und dann kriegen wir richtig auf die Rübe. Aber richtig. Die Kuppel des Geistes. Nein, noch mehr. Die hat doch ihre Maske auf, oder nicht? Nee, hat sie nicht. Okay. Weg damit. Ah, das ist ganz schön dicker Schleim. Oh, Mann. Muss ja immer von oben nach unten arbeiten anscheinend. Macht mehr Sinn. Wenn jetzt wieder so ein Gangmonster kommt, ne, dann kriege ich Black. Leute, dann kriege ich Black. Ich glaube, das muss ich nicht wegmachen. Egal. Das geht hier durch wie ein heißes Messer durch ein Block Buller. Ich glaube, da holen wir es die Tür. Ja. Okay, wir machen hier erstmal einen Speicherpunkt hin. Das sieht ganz stark nach Endgegner aus. Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark. Okay. Ich glaube, dann legen wir jetzt gleich mal los, oder? Are you ready? Oh, Mann. Das geht richtig auf die Rübe. Da sind wir wieder. Endgegner. Ich habe alle Antworten. Ich habe viele Antworten. Aber du bist nicht besser. All I know is the planet is going to die if you don't stop this and so will everyone on it there must be another way Die Gunk outside as a distraction. Keine Ahnung. Schnell, schnell, schnell. Das gibt wohl jetzt eine längere Folge, Leute. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Oof. Ah, okay. Hold on, Ronny, wir kommen! Ah! Die Maske! Oh! Die Maske! Die Maske! Du hast das! Okay, diese Maske sind vulnerable! Oh nein, da kommt bestimmt auch wieder so eine Gang-Kreatur. So, was muss ich als nächstes machen? Darüber, wo es... Sie kommen wieder. Let's go! Kann ich hier irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann noch was rausziehen. Warum? Okay. Oh, das wird knapp, Leute. Bedeutung. Okay. Uff! Das war knapp. Ich hab null Ahnung. Ah, okay, ich ahne was. Oh! Nächste Runde gehen wir da rüber. Okay. Wer erwischt da uns von hier? Ich glaube nicht. Oh, man. Oh. Da kommt. Komm her. What the heck? Uff! Ah, fast. Da hab ich nicht aufgepasst. Da hab ich nicht aufgepasst. Du, Schlingel! Ich hab dich genau gesehen. Boah! Boah, das war... Uff! Das wird auch wieder knapp. Okay. Jetzt geht das Endgame richtig los, Leute. Oh! Durch die Kabel in der Rückseite. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, okay, ich muss hier noch was freiräumen. Oh! Oh! Shit. Oh, Mann. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ja. Oh, Mann. Ich bin so im Eimer. Ich bin so im Eimer. Es sind zwei. Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich gedacht, das Stündlein hat geschlagen. Wahnsinn. Wow. Wow. Ah, noch einmal. Jetzt habe ich ihn. Okay. Oh. Oh. Waren das beide, oder was? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ja, ich habe nur noch einen. Nein. Leute, wie soll ich das schaffen? Es wackelt einfach alles. Ich habe kein haptisches Feedback mehr. Nicht. Sammelst du jetzt ein, oder nicht? Ich bin im Keyboard einfach richtig schlecht. Ah. Nein, 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 nein. Schnell, schnell, schnell. Der ist auch schneller geworden. Boah. Das habe ich direkt gesehen hier, der Alfredo. Oh. One more. Wow. Den haben wir. Oh. Oh. Ja, schnell. Den haben wir. Den da. Uff, Leute. Ich glaube, das kriegen wir hin. Haben wir den nicht schon gemacht? Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Oh. Das war knapp. Nein. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Rein da. Oh. Das war... Einfach nur knapp. Aufgeschafft. Oder? Haben wir es geschafft? War anders. Was der771 Apo... Everything... Alles gut, Ronnie? Was eben tamamen drin? Wir beide müssen alle raus Clara aus. Wir sind da. Was ist weg? Man und machen das gar Nicämmer. Super. Oh man. Und sie ist immer noch mit ihren Crocs unterwegs. We've got this. All right. Let's get to work. Genießen wir hier das Brainstorming Artwork, würde ich es mal nennen. Beziehungsweise die Geschichte wird hier weitererzählt. Sie pflanzen wieder alles an und entsorgen den Gang. Warten Sinn. Und da fliegen wir davon. So, now what? Okay. Okay, okay, okay. How about this? A phantom quantum bolt erased the ship's data and we only managed to recreate everything except for the location block. What the hell is a phantom quantum bolt? I don't know, but it sounds cool. Okay, okay. We were loading titanium ore on Celeb Luna, but the ice was too thick and the coal destroyed all the hard drives. Would work if Celeb Luna wasn't owned by Stella Enterprise Inc. Dammit! They're everywhere! How about one of these then? We lost our cargo in a meteor belt and had to sell all detachable tech to make it back home. Okay. Okay. We got stranded on the uninhabited side of Mars and a terrible sandstorm destroyed our drives. So, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den Planeten befreit und haben dafür gesorgt, dass die Einheimischen dort wieder leben können. Ja, ich muss zugeben, das war ein sehr schönes Spiel. Auf seine Art sehr schön. Ja, das ist mein erstes Let's Play, was ich beendet habe. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und seid euch sicher, es werden noch viele, viele Folgen. Ich habe einiges vor. Twitch The Witcher auf YouTube kommt im April das 4K Update. Ich habe The Witcher Wild Hunt noch nie gespielt. Das werde ich auch hier spielen mit euch. Im Mai kommt Two Point Campus raus, ja. Und nicht vergessen, besucht mich gerne auf Twitch slash Büro Nummer 16 mit UE, so wie der Kanal heißt. Montags und Freitags auf jeden Fall mit LS22 Content und optional Donnerstags oder Sonntags, je nachdem wie ich Zeit habe, zocken wir andere Games, meistens Story Games. Aktuell zocken wir Mass Effect 1. Okay, dann wünsche ich euch noch, egal wann ihr das schaut, einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Und ein letztes Mal Tschüss aus dem intergalaktischen Raumfahrtprogramm mit Let's Play The Gunk. Tschüss.